hallo youtuber das war wohl eben ist meine abwechslungsreiche ankündigung und das als sonst und der herzlich willkommen zu hargames am späten abend naja es ist kein spätabend aber trotzdem die map kenne ich noch nicht und da hinten scheinen die kisten zu sein das sieht schon mal interessant aus ich habe jetzt ein shadermod drin und das ist das erste mal dass ich den shadermod flüssig mit 30 fp spielen kann sehr interessant ich weiß nicht wie das funktioniert also ich hoffe dass er auch für sich bleibt also bis jetzt habe ich wirklich aufnehmen können so 30 fp ist zwar nicht schlecht und ja das auch gott warum warum habe ich das denn bitte gemacht wie doof naja also ich warum ist er wahr ich habe kein countdown gesehen ich komme ich jetzt ja okay spannend da kann ich jetzt natürlich dazwischen funken und vielleicht ein double kill holen oh wie viel rüstung hat das ist doch kacke dieser rüstung hier ja ich lass ihn laufen kommen eben kurz leben auffüllen dann geht es weiter ja das bringt doch sonst auch nichts wahrscheinlich hätte hätte er so eine eine von diesen scheiß rüstung gehabt das war so eine ketten rüstung ne gut 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 dann laufen jetzt weiter zu diesem komischen berg der irgendwie zwar episch aussieht aber irgendwie auch seltsam uff diese scheiß sonne die starrt einfach ins gesicht rein da ist eine kiste hoffentlich wird es nicht leeren kommen ach das ist ein raw pork chopper das bereichert mich jetzt wirklich ich hab mir ein bisschen mit einem eisenschwert gerechnet wie sonst ne ja ich habe übrigens letztens noch mal aufgenommen ich habe wieder gewonnen aber das hat 45 minuten gedauert oder sogar noch länger ich glaube fast 50 minuten das gedauert und das habe ich ich habe ich dann gesagt das kann ich hochladen das war zu viel des guten was ist denn hier los ach das ist wegen den glasblöcken dann muss man vielleicht mal connect detecten das bringt ja nix dann connecten die ja nicht weil die ja auch so schräg aneinander sind dann connecten die sowieso für den Arsch um ehrlich zu sein also hier ist nichts sonst habe ich ja immer relativ viel glück was das finden von kisten angeht dahinten ist ein dorf das sieht doch ganz nett aus übrigens ich weiß nicht was es für eine map ist also ich bin das froh dass es eine andere ist und dass ich glücklicherweise nicht wie eine map habe die ich schon mal gespielt habe die wir jetzt schon mal gespielt haben trolle das ist er ist nicht wahr ach nö das ist fies auch kommen das ist echt troll hoch 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 20.000 ist das echt ist ja nix kannst du vergessen ja 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 da wurde ich aber gerade ordentlich verarscht hier drin sieht auch nicht so aus ist denn das hier überhaupt von wegen ja aber die ist natürlich leer warum auch immer die leer ist halt finde ich nicht lustig und hier kommt einer mit einem eisenschwert an und haut mich tot tot ich will doch wenigstens ein holzschwert oh man gib mir doch ein holzschwert oh scheiße folgt er mich noch no er hat es tatsächlich gelassen das ist gut boah wir werden eh früher oder später sterben aber dann können wir wenigstens noch mal einigermaßen überleben was ist da ja das sieht ein bisschen komisch aus frage frage da ist ne kiste oh ja geil und oh geilen holzschwert gut dass wir hier nochmal vorbeigegangen sind hä da bin ich vorhin echt dran vorbeigelaufen das gibt es ja nicht ja was ich immer mache und da sind wir auch einigermaßen gut gerüstet hier für den boah für den Ernstfall es läuft übrigens nicht ganz flüssig also naja 26 FPS das ist ja es geht sonst halte ich es auch immer auf 30 laufen ich finde aber Minecraft zu Minecraft gehören schon so seine 60 FPS aber das kannst du nicht machen also natürlich läuft es auch wenn man jetzt kein Shader oder sowas drin hat auch mal über 100 FPS also nicht mit Aufnahme doch sogar mit Aufnahme manchmal bei mir aber das muss ich wirklich einfach nur so ein Text-Repack drin haben und ja aber Shader mit Shader also der Shader frisst wirklich ordentlich der frisst und ich bezweifle dass wir jetzt hier so reinkommen ja da war meine Vermutung so richtig oder doch das macht Sinn ja das hat mir jetzt den Kick gegeben da ist eine Minecraft Minecraft Bahn genau eine Minecraft Strecke oder wie die Detail heißen das ist irgendein das ist keine Ahnung was es darstellen soll ich weiß es auch nicht ach hier ist nochmal ein Haus wo nichts drin ist auch schön dann wäre es mal mit Kisten das finde ich eigentlich immer ganz nett so Kisten irgendjemand von euch kennt bestimmt diese Map und kennt jede Kiste jede einzelne auswendig nee dazu gehöre ich jetzt nicht und oh jetzt hat man natürlich wieder diese blöde Minecraft Musik im Hintergrund bimmeln dafür würde ich dieses mal keine Musik halt rein machen weil wenn schon die Minecraft Musik da ist dann ich stelle die jedes mal auf null weil diese Einstellungen scheinen sich immer zurückzusetzen das ist ein bisschen schade und Moment was ist das und wie kommen wir da jetzt hin ich wieder hin da muss es doch einen Weg geben einen Weg geben einen guten Weg der gute Weg der gute Weg was was wie kommt der lauft jetzt um den Berg rum wenn eine Arena voll ist werdet ihr automatisch auf die Warteliste gesetzt aber das ist super das freut mich voll ich lauf jetzt hier mal hoch ja das ist bestimmt total erfolgreich da oben wird sowieso eh keine Kiste sein bei dem Glück bei das das Glück das Glück was ich immer hab bei das Glück bei das Glück oh aber das da oben da könnte was werden und ich verreck 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 immer wieder das ist schade das ist wirklich schade also das ist finde ich manche mögen dass sie es bestreiten wollen aber ich finde das ist als der blödesten Ideen aus Minecraft dieses Hungerzeug ich weiß nicht das nervt mich immer unglaublich erst recht wer hat er nach nach so wenig Zeit Hunger gut aussah Jumbo Schreiner aber der ne der wenn der erstmal anfängt zu fressen oh dann gibt es keine Hälte mehr oh ich hab's geschafft 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 ich hab's geschafft vielleicht komm ich ja den Berg hoch auch dieses Jahr Jumbo Schreiner die schaut gut aus gut 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 und wer da oben ist jetzt nix da dann dann bin ich jetzt aber auch hier in der Haus da in der Hüde Summit Cross ist das second highest point of the map wie heißt das second highest und da ist Essen drin und nein wunderbar was braucht man mehr äh die goldenen Äpfel hübe ich mir jetzt das ist mir nicht wert ja wie komm ich jetzt hier wieder runter hm ja ja so das sieht gut aus au seh ich da hinten eine feine Kiste das ist immer ganz gut so optifine das ist nicht schlecht da kann man immer so ich fühle mich hier gerade wie der Anton aus Tirol übrigens da kann man immer so rüber luschen sieht immer aus das wäre da drüben wie eine Kiste aber dann sind doch keine es gibt Schellen es gibt Schellen was gibt es nicht da kommt immer so ein Lag und dann völlig down ich bring mich hier noch selbst um bald ne wenn das so weitergeht das wäre echt das wäre echt scheiße jetzt habe ich nur drei Herzen ach das die regenerieren soviel ich weiß ne das wäre natürlich jetzt auch nicht schlecht na dann pff dann scheiß auf diese scheiß Äpfel die regenerieren ja so einigermaßen ne also nix halbes und nix ganz das würde ich sagen aber das ist auf jeden Fall schon mal besser als nix ne aber nix ist auch was das war nicht viel aber halt was und ich fühle mich gerade hier wie so wie ähm wie als wäre ich der letzte Mensch hier auf Erden naja oh die ist leider schon leer what how unexpected das war natürlich überhaupt nicht voraussehbar was die leer war na gut da oben da das hätte mich genauso treiben können die hätte genauso leer sein können damit ich von hier ausgegangen war letztlich aber ich klettere dann doch noch hoch und und kletter runter ja naja naja äh ich glaube die Eisenachse ist besser als das Holzschweren ne ich meine die ist ja aus Eisen die müsste eigentlich mehr wehtun so grundsätzlich also wenn ich so Holz irgendwie gegen gestern bekommen oder eine Eisenachse äh ich glaube die Eisenachse da da die würde mir ein bisschen mehr zu setzen das scheint logisch aber ich meine hier schweben Blöcke das ist immer ein super Argument das ist das ist das bringe ich auch immer falls jemand sagt äh das Spiel ist voll unlogisch ja in Minecraft schweben Blöcke ist ein bisschen kacke ja und gut aber wir machen jetzt unsere Survival Games weiter ich habe wahrscheinlich wie am Anfang Haragames gesagt so wie ich mich kenne das könnte ich so schon sagen wo ist denn der Mond überhaupt hin der ist auch immer weg der ist des 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 Vielen Dank.